Um zu verhindern, dass sie unsere Kinder töten, sind wir gezwungen, ihre Kinder zu töten. Und solange sie uns zwingen, ihre Kinder zu töten, werden wir dafür ihre Kinder töten. Und für jedes Kind, das sie uns zwingen zu töten, werden wir Rache nehmen und eins ihrer Kinder töten. Und wir werden so lange ihre Kinder töten, bis sie aufhören, uns zu zwingen, ihre Kinder zu töten. Und wenn sie unsere Kinder töten, um zu verhindern, dass wir ihre Kinder töten, wird uns das nicht hindern, ihre Kinder zu töten. Denn wir müssen ihre Kinder töten, damit sie nicht unsere Kinder töten, auch wenn sie dafür unsere Kinder töten. Und wir müssen die Kinder töten, damit sie selber töten. Und wir müssen die Kinder töten, damit sie nicht ihre Kinder töten, aber sie nicht unsere Kinder töten. Vielen Dank.